Musik Also mir hat die Isermündung in den Silvensteinsee am besten gefallen, aber auch die Brücke von oben ist wunderschön und da konnte ich echt alles um mich herum vergessen und wieder zu mir finden. Der nahe Silvenstein-Speichersee, der war einfach perfekt für die ganze Familie. Meine Frau und ich, wir konnten Stand-up paddeln, unsere Kids, die konnten schwimmen und am Ufer spielen. Da konnte ich echt komplett abschalten und alles Negative vergessen. Musik Mir hat die Stille so gut getan. Besonders in den frühen Morgenstunden. Im Therapieraum Natur mit Blick auf das freie Feld. Wenn dort die Wildtiere umherstreiften, das war magisch. Da konnte ich meine Seele baumeln lassen. Musik Die liebevoll gestaltete Ferienwohnung hat die Depol-G-Stiftung zu einem wunderbaren Erholungsort für mich gemacht. Und durch die Nähe zum Tegernsee und zum Aachensee mit dem Karwendelgebirge konnten wir einige unvergessliche Tagesausflüge machen. Musik Mein Lieblingsplatz war die Alben und dort vor allem die Bank vor der Hütte. Da bin ich ewig gesessen und habe meinen Blick schweifen lassen. Das war Erholung. Musik Mein Lieblingsort war der Teich im Therapieraum Natur mit Blick auf die Kirche. Da konnte ich komplett abschalten und alles um mich herum vergessen. Danach waren meine Akkus wieder voll. Das habe ich richtig gespürt. Musik Das habe ich richtig gespürt. Musik Das habe ich richtig gespürt. Musik Musik Das habe ich richtig gespürt. Musik Das habe ich richtig gespürt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020